Ich halte es für wesentlich, dass wir uns nicht so sehr verlaufen in der Suche nach der richtigen Beziehungsform. Also da sehe ich auch oft so einen Mythos, dass man glaubt, ah ja, wenn wir alle irgendwie Polyamor leben würden oder was auch immer, dann wäre alles viel einfacher. Und das stimmt meiner Erfahrung nicht. Also es ist eigentlich, ich könnte fast schon sagen, egal, ob ich jetzt monogam lebe oder Polyamor oder offen oder platonisch oder es sind immer die gleichen Beziehungskompetenzen, die ich brauche, damit Beziehungen gelingen. Und meine Beobachtung ist, dass diese ganze Auseinandersetzung, diese Suche, die sicher ihren Platz hat, aber auch immer wieder zu Verwirrung führt und uns ablenkt von den grundlegenden Beziehungsfertigkeiten, die wir möglicherweise noch nicht haben. Und wenn ich mich ganz auf eine monogame Liebesbeziehung einlasse, dann werden mir diese beiden Punkte auf dem Silbertablett serviert, kannst du die Uhr nachstellen. Und wenn ich Polyamor lebe, dann genauso. Und wenn ich offen lebe, genauso. Und wenn ich sage, ich habe die Schnauze voll, ich möchte gar keinen Sex mehr, ich liebe jetzt nur noch platonische Freundschaften, genauso. Also es ist wirklich, deswegen finde ich es schon witzig, aber es ist natürlich auch irgendwie tragisch, dass wir uns dann da so verlaufen können und wirklich meinen, das sei irgendwie die Beziehungsform. Nur die Liebe zählt? Komm zum Gratis-Webinar mit Vivian Dittmar am 6. März um 20 Uhr. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Bitte like, kommentiere oder abonniere unseren Kanal, um uns zu unterstützen. Tschüss!